um die jahre leute und alle herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme warfreund zusammen mit mir marcus und holen wir starten heute in die quest gestohlen mit räume und ja gestatten sie ich habe eine ungelesene mitteilung ok wir haben seit jahren irgendwas gefunden und haben es dann gegen die wir verloren ok und jetzt müssen wir uns mit irgendjemand in verbindung setzen und das will nachforschungen anfangen so was müssen wir jetzt hier tun so mission starten ja ich habe gerade einmal den text hier durchgelesen oh die mission ist ja auf europa was wir eigentlich noch gar nicht freigestaltet haben eine gefangenen stufe 10 bis 12 europa verständlich sehr für der witz also stufe 10 der jahre ist glaube ich kann nicht normal stufe 10 bis 12 glaube ich kann nicht equipment hier spielen mit meinem nix und mein kubo und meiner shotgun und meinen vollsten weil das scheint nix komplett zu werden das scheint nix komplett zu werden weil ich glaube das hier ist immer wieder so eine ice ding sie ja im gebäude ist es nicht so extrem für was aufzug rufen wenn man auch runter hüpfen kann nicht so warum habe ich jetzt eigentlich mein schade dabei oh mann ich wollte doch die kubo mitnehmen ach ja ich hab den ja nicht auswählen können letzte runde okay dann nehmen wir den kubo halt das nächste mal mit wenn es so leicht bleibt muss aus dem kubo äh leveln äh von krankheiten äh von so diese dna stabilisator muss dann kaufen immer nee doch was das ist stimmt nicht echt nicht nein er hat weniger leben ja die ganze Zeit aber der stirbt sowieso immer die ganze Zeit was ein kubo ist ja jeder ist jung wo ich mitspielen die Leute mit kubo wo wir noch ein bisschen gegner äh bisschen stärkere Gegner irgendwas sind die kubo stürmen immer als erstes lex ja wir haben ihn schon also besser gesagt ich habe ihn gefangen genommen er hat ja kaik in der von Deutschland so hier ich WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.